Guten Abend und herzlich willkommen im Kino des DFF. Ich bin die Direktorin, Ellen Harrington, und ich habe das große Privileg, Alexandra Maria Lara beim DFF willkommen zu heißen. Und wir freuen uns sehr, dass auch Sam Riley heute Abend hier ist. Ein großer Applaus, Sam Riley, Alexandra Maria Lara. Wir freuen uns, dass wir die Tradition unserer Carte Blanche mit PräsidentInnen der Deutschen Film Academy vorsetzen können. Iris Böben und Ulrich Mathis waren schon hier. Jetzt sind wir gespannt auf die Carte Blanche von Alexandra Maria Lara. Es ist beeindruckend, mit wem Alexandra Maria Lara international schon zusammengearbeitet hat. Francis Ford Coppola, Ron Howard, Spike Lee, Anton Corbin, und sie spielte an der Seite von Kate Winslet und Ray Fiennes zu Anthony Hopkins, Margot Robbie, Michelle Williams, Matt Mickelson und viele andere. Und natürlich Sam Riley. Sie war außerdem 2008 in der Hauptjury von Cannes Film Festival an der Seite von Sean Penn, Natalie Portman und Alfonso Cuarón. Ihr großer Durchbruch war mit Nacht 2002 von Doris Dory und der Untergang von Oliver Hörspiegel, in dem sie an der Seite von Bruno Gans, Hitlers Sekretarin Treudel Junge, auf unvergessliche Weise spielte. Seit letztem Jahr ist sie gemeinsam mit Florian Gallenberger Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Der Wert Neuen Deutscher Film können wir hier beim DFF jeden Monat in unserer Reihe Was tut sich im Deutschen Film beobachten. Morgen Abend wird übrigens Ed Herzog mit seinem neuen Eberhofer Krimi bei uns zu Gast sein. Wir sind gespannt auf die Filme, die Alexandra Maria Lara in ihrer Carte Blanche für uns ausgewählt hat. Und auch ihre Videobotschaften laufen vor jedem Film hier auf der Leinwand. Danke an die Freunde des DFF immer für die Unterstützung zur Carte Blanche. Nur so können wir die 35 Millimeter Kopien in Original-Fassungen aus ganz Europa nach Frankfurt holen. Das ist sehr, sehr speziell. Unser DFF-Scout Ulsch Burri wird jetzt das Gespräch mit unserem Gäst führen. Bitte begrüßen Sie auf die Bühne Alexandra Maria Lara. Vielen Dank. So, auch von mir, auch von mir. Herzlich willkommen, liebe Alexander Maria Lara, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen durchs Haus gekommen und hast einiges gesehen. Und ja, wir freuen uns riesig, dass du hier im Filmmuseum bist. Ich freue mich auch riesig. Klasse. Und einen Monat lang bekommst du jetzt hier unser Kino gewidmet. Du durftest aussuchen, zehn Filme, komplette Filmgeschichte lag zu Füßen. War das schwer, diese Filme auszuwählen? Ja, sehr. Erzähl ein bisschen. Sehr, sehr schwer war das, aber natürlich auch eine tolle Aufgabe. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe mich relativ schnell selber vom Druck befreit und habe gedacht, ich muss einfach, ich wähle diese zehn Filme jetzt, 2023, Dankeschön. Und wenn ich das vielleicht vor einem Jahr gemacht hätte oder wenn man mich erst in drei Jahren gefragt hätte, dann hätte es gut sein können, dass es auch zehn andere Filme gewesen wären, weil es gibt ja natürlich mehr als nur zehn fantastische Filme. Natürlich. Gerade du als großer Filmliebhaber weißt, sich auf zehn zu reduzieren ist nicht einfach, aber die Aussicht, dass ihr die dann, dass ihr dann eben auch mit der Unterstützung der Freunde und Förderer, dass ihr loszieht und dann so gute Kopien davon besorgt, das ist wirklich der Knaller. Und dann noch dazu diese Videobotschaften. Ellen hat es gerade gesagt, du hast gesagt, Sam wurde dadurch zum Regisseur. Wie habt ihr das gemacht? Also, das ist so. Wenn wir uns manchmal um Rollen bewerben, dann müssen wir auch zu Hause ein Castingband erstellen. Und wir halten das immer sehr schlicht. Wir ziehen meistens die Vorhänge im Wohnzimmer zu. Dann setze ich mich davor oder Sam. Dann suchen wir die richtige Kameraposition. Das ist manchmal sehr anstrengend für Sam vor allen Dingen. Ich habe es dir auf der Straße schon gesagt. Ich habe ihn einmal angefaucht und gesagt, naja, also das können wir ja ganz sicher nicht verschicken. Dann hat er gesagt, genau das wird er dem Urs Spörri schicken. Hat er nicht gemacht. Und dann muss ich sagen, ich war aufgeregter, vollständige Sätze zu transportieren in diesen Clips, als ich es für möglich gehalten hätte. Aber das liegt natürlich auch daran, dass manche Filme zu denen habe ich auch eine persönliche Verbindung teilweise. Und dann hat mich das dann so plötzlich so gepackt beim Erzählen. Und dann haben wir das, glaube ich, in einem Zug, haben wir dann die neuen Filme, haben wir die durchgedreht. Und es war ganz schön. Und das Ergebnis können Sie wirklich vor jedem einzelnen Film dann in diesem Monat hier auf der Leinwand sehen. Und das Tolle ist, man sieht die Filme wirklich danach mit anderen Augen, eben mit dem Hinweis, was du dann da uns erzählst. Und wir haben gerade die vielen Namen gehört, mit denen du schon gedreht hast. Das finde ich ja unfassbar, was du da geschafft hast in den letzten 20 Jahren. Und zwei dieser Leute, die erwähnt worden sind, Anthony Hopkins und Gérard Depardieu, die hast du auch in der Carte Blanche ausgewählt. Wir werden uns so ein bisschen auch entlanghangeln, ein bisschen aus deinem Leben, ein bisschen mit den Filmen, die du ausgewählt hast. Diese beiden, Anthony Hopkins, Gérard Depardieu, du hast mit denen gedreht. Ja, und das war unglaublich natürlich, so wie man es sich vorstellt. Und ich habe eben auch mit den zwei Regisseuren gedreht, die ich ausgewählt habe mit James Ivory und mit … Claude Pérez? Ne, mit Claude Pérez habe ich nie gedreht. Moment, James Ivory. Und Coppola natürlich, sorry. Genau, auf den kommen wir gleich. Den darf man vergessen. Ja, das ist wirklich unglaublich. Ich habe ja einmal in Deutschland diesen Film Der Untergang gedreht und Der Untergang ist ein Film, der auch hierzulande ja nicht nur einfach zu verdauen war und zu dem es sehr unterschiedliche Meinungen gab, aber ein Film, der im Ausland vor allen Dingen wirklich große Anerkennung gefunden hat. Und somit wurden mir dann als junge Schauspielerin Türen geöffnet und mir haben sich Dinge ermöglicht, wie zum Beispiel eben diese Begegnung mit Francis Ford Coppola. Und so bin ich, habe ich dann eben auch an der Seite von so unglaublichen Kollegen spielen dürfen. Ja, da muss ich kurz dazusagen. Traudel Junge hast du gespielt, Hitlers Sekretärin in seinen letzten Tagen. Ein eindrucksvolles Werk. Bernd Eichinger hat es noch produziert damals. Und ja, die Geschichte zu Coppola, stimmt es, dass er dir danach einen Brief geschrieben hat und du gar nicht irgendwie gecastet werden musstest? Ja, also ich habe einen Brief bekommen, weil ich hatte vorher mit einem tollen deutschen Filmemacher, mit dem Didi Dankwart einen sehr ungewöhnlichen Film namens Offset in Bukarest, in Rumänien, in meiner Heimat gedreht. Und die Produktionsfirma, also bei Francis Ford Coppola hat dann auch in Rumänien gedreht und sozusagen da gab es Überschneidungen aus der Produktion. Und dann hat er gesagt, wie komme ich an diese Schauspielerin aus der Untergang am besten und am direktesten ran? Und dann haben die meine Adresse weitergegeben und dann bekam dieser Tag und ich bekam diesen Brief. Und natürlich habe ich nicht geglaubt, dass es sich um den echten Francis Ford Coppola handeln könnte. Aber doch, er war es. Was stand denn da um Gottes Willen drin? Also da glaubt man doch erst an einen Fake, oder? Ja, er stand drin, Begrüßung, der Untergang, dass er in Rumänien drehen wird und dass er mir gerne mehr als eine Rolle in diesem Film anbieten möchte. Wie mehr als eine Rolle? Er möchte gerne, dass ein und dieselbe Schauspielerin zwei beziehungsweise drei verschiedene Figuren spielt. Ob ich mir das vorstellen könnte, hier ist seine Telefonnummer, er würde sich wahnsinnig über einen Rückruf freuen. Das stand drin, ja. Ja. Du ahnst meine Anschlussfrage. Was macht man mit dieser Nummer? Ich glaube, ich war, ich meine, ich bin natürlich erstmal für ein paar Tage in Schockstarre, also es ist auch wirklich nicht meine Spezialität, außerdem, naja, und dann habe ich mich aber irgendwann getraut, ja. Und dann war er dran. Und dann lief das ein Offizier, dann hat er mir das Buch geschickt, dann hat er mir das Buch geschickt, dann habe ich das gelesen, dann habe ich gedacht, Wahnsinn, ich habe nur die Hälfte verstanden, aber ich war Feuer und Flamme. Und zwar ist das nämlich ein Film, der heißt auf Deutsch Jugend ohne Jugend, im Englischen Youth Without Youth. Und der basiert auch auf den Geschichten eines rumänischen Philosophen, nämlich Iliade, also sehr speziell. Ja, so. Deswegen habe ich auch nur die Hälfte verstanden von dem, was ich im ersten Moment der Aufregung gelesen habe. Auf jeden Fall habe ich natürlich am Telefon gesagt, ich würde wahnsinnig gerne alle drei Rollen spielen. Ja, und so kam das dann alles, verrückt. Mit Tim Ross übrigens in der männlichen Hauptrolle. Und wieder Bruno Gans noch dazu. Und wieder Bruno Gans, der ja immer, das muss ich eine schöne, kleine Geschichte, immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen ist, ja. Egal wo. Oder in Rumänien. In Rumänien auch. Sehr gut. Mich würde noch interessieren, Coppola. Also es ist ja einer der ganz Großen. Man sagt auch einer, der wieder mit Schauspielerinnen und Schauspielern umgeht, da ist irgendwas Besonderes. Wie hast du das erlebt? Ist da wirklich was, was er anders macht? Ja. Und wenn ja, wie würdest du das umschreiben? Ja doch, absolut. Er ist sehr, also man weiß bei ihm nie so genau, was als nächstes kommt. Das ging schon mal mit einer ziemlich intensiven Probenzeit los in Bukarest, wo er dann irgendwie, ja, also wie so ein bisschen so auch theatermäßig, ja, wo wir dann eben stundenlang in so einem Raum saßen. Dann bin ich aber mit Tim Ross zusammen auf die Straße gegangen, dann sollten wir irgendwie als Übung Menschen auf der Straße ansprechen. Und man steht immer da und denkt so, okay, okay, alles klar. Ich kann ja, ich muss jetzt die Menschen ansprechen, auch wenn die das womöglich schrecklich finden oder so, weil nicht, dass er schnell eine andere Schauspielerin fragt, ob die drei Rollen spielen will, so. Und so war das aber auch bei den Dreharbeiten. Also ich habe ihn als sehr herzlich und lieb und zugewandt empfunden. Ich habe ihm aber auch, ich bin dann auch sehr direkt bei der Arbeit, also er wusste auch so, was ich gut finde, was ich vielleicht nicht so gut finde. Ich glaube, Tim Ross, der insgesamt sechs Monate in Rumänien war, hat tatsächlich eine sehr intensive Zeit. Ich glaube, eine unvergessliche und eine gute, aber doch auch wirklich sehr intensive Zeit mit Francis erlebt, ja. Und wir haben so tolle Sachen gemacht am Drehort. Ich weiß gar nicht, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben eine Dialogszene gedreht, haben die vorbereitet, kommen ans Set, gehen ins Kostüm, setzen uns so wie du und ich jetzt an den Tisch. Die Kamera läuft, wir fangen an zu spielen und dann kommt er zum Beispiel nach dem zweiten Take und sagt so und jetzt geht auf Anfang und spielt die ganze Szene ohne Worte. Okay. Und das war bei ihm sozusagen, du wusstest nie, was als nächstes kommt. Und er hat es aber geliebt, weil ich das auch sehr liebe, immer verschiedene Varianten zu spielen, was schade ist, weil nur eine Variante schafft es in den Filmen. Aber das liebt er, ja. Also er ist da sehr auch auf der experimentellen, improvisatorischen Seite zu Hause, ja. Und du musst hellwach sein natürlich dabei. Allerdings, ja. Ach so, eine Geschichte noch. Da haben wir in Bulgarien, an der Grenze Bulgarien, Rumänien am Meer gedreht und wir haben gedreht und am nächsten Tag sollte drehfrei sein. Das haben dann auch alle wirklich immer verdient, das Team und alle so wie jeder Mensch, der arbeiten geht und dann natürlich einen freien Tag braucht. Und dementsprechend wurde gefeiert am Abend vor dem drehfreien Tag. Und manche haben mehr gefeiert, manche weniger, aber es wurde gefeiert. Und plötzlich klopfte am nächsten Morgen um fünf oder so, klopfte es an meiner Tür. Er hat einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Wenn man mit ihm arbeitet, muss man jederzeit bereit sein. Er möchte sofort, bis bevor die Sonne aufgeht, alle unten am Meer und peng und eine krasse Szene auch. Und es war eine Szene, die sollte ursprünglich innen gedreht werden, im Innenraum und wurde dann eben auch nach draußen. Bei so, die Wellen schlugen hoch und das war verrückt, ja. Da musst du erst mal, da sind dann da alle angetanzt, ja. Also einer der großen Meister, dem man auch seine besondere Arbeitsweise anmerkte. Und ich habe natürlich selber in diesem Moment seit hundert Jahren nicht mehr gedacht. Cheers, ja. Cheers. Und du hast einen Film von ihm ausgewählt, netterweise. Und dann auch wiederum einen, wo man sagen würde, ach echt, den? Also du wählst The Conversation aus, der Dialog, 1974, den er gedreht hat zwischen der Parte 1 und der Parte 2. Das war sein großes Jahrzehnt. Apocalypse Now kam auch noch in dem Jahrzehnt. Gene Hackman in einem Paranoia-Thriller. Es geht um Abhörsystem und wer verfolgt hier eigentlich wen? Was fasziniert dich an diesem Film? Alles. Aber vor allen Dingen, weil mein Schauspielerherz natürlich auch immer für, automatisch natürlich für die Schauspieler, also für die vor der Kamera auch schlägt und ich das nie ganz abschalten kann, wenn ich einen Film sehe, mich auch zu fragen, wie es denen wohl ergangen ist, meinen Kolleginnen und Kollegen. Also Gene Hackman ist ja sowieso einfach ein Juwel, ja. Und Gene Hackman in dieser Hauptrolle ist wirklich intensiv, auch intensiv, ja. Und Coppola ist eben also die Tatsache, dass er das zwischen diesen, ich meine, sie sind ja auch nicht wirklich kommerziell, aber sie waren halt große kommerzielle Erfolge, seine Godfathers und Apocalypse Now. Aber dazwischen dann so einen Film zu drehen, das erzählt natürlich auch total viel über ihn und seine Vision und über Künstler, die sich eben nicht nur in ein bestimmtes, mit einem bestimmten Muster arrangieren, sondern die irgendwas in ihren, in sich haben, was raus muss, nämlich die wahre Kunst, ja. Und ich habe diesen Film gesehen, als ich mich vorbereitet habe, auf meine Dreharbeiten mit ihm und ja, ich finde das ganz toll, dass ihr den hier zeigt. Ja, wir freuen uns auch sehr drauf, wirklich ihn mal wieder hier auf der Leinwand zu hören. Das ist nämlich auch von Walter Merch, ein ganz großes Meisterwerk, der hat das extrem weiterentwickelt. Und Walter Merch hat natürlich auch Youth Without Youth geschnitten, weil Coppola seinen Weggefährten auch immer sehr treu bleibt, ja. Also das sind immer die gleichen Menschen gewesen, die er wieder herangeholt hat. Die Großen des New Hollywoods in jedem Fall. Naja, also du hast uns einige tolle Namen hier mit hingebracht und wenn wir jetzt gerade aus der Frühphase sind, der älteste Film, den du ausgewählt hast, das ist The Hustler, Haie der Großstadt. Und da sehen wir Paul Newman als einen Billiardspieler, der sein Handwerk sehr gut beherrscht, aber mit seinen eigenen, ich sag mal, Emotionen nicht so klarkommt und dadurch auch dem Scheitern sehr nahe ist. Paul Newman, davon lebt dieser Film, der ansonsten schwarz-weiß-kamera-brilliant, Jazz-Soundtrack, der eindringlich ist. Ja, dieser Film ist vielleicht heute unbekannter als sein Remake, wo Paul Newman auch mitspielt, die Farbe des Geldes. Die Farbe des Geldes, ja. Du hast The Hustler ausgewählt. Ja, ich habe The Hustler ausgewählt, weil tatsächlich habe ich natürlich die Farbe des Geldes als erstes gesehen, ja. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann, weil Sam ist eine wandelnde Filmenzyklopädie, ja. Und hat immer irgendwie die besseren Vorschläge gehabt, was man sich mal angucken könnte. Und ich glaube, wir haben The Hustler zum ersten Mal zusammen gesehen. Und ja, Paul Newman ist natürlich auch, ja, ohne Worte eigentlich, ja. Und The Hustler, ich habe aber auch die Farbe des Geldes sehr geliebt. Billard ist ja so gar nicht mein Sport eigentlich, ja. Oder irgendwas, was ich jetzt als Sport im Fernsehen mir angucken würde, wie die Leute Billard spielen. Aber tatsächlich ist das einfach unglaublich. Wobei, ehrlicherweise hätte es vielleicht auch was anderes sein können. Es hätte auch ein geniales Kartenspiel sein können oder so, ja. Aber was Robert Rossender, also wie er das einfängt und wie Paul Newman, wie modern, wie modern und wie zeitlos sie auch damals schon waren. Also, weißt du, dieses große Kino, was sich über Jahrzehnte transportiert, als wäre es gestern gewesen. Das ist einfach grandios, ja. Wenn du dir diese Filme anschaust, als natürlich professionelle Schauspielerin, die da vielleicht auch einen anderen Blick auf Film hat und Filmgeschichte, wenn ihr euch das anschaut, guckst du dann auch auf das Handwerk von Paul Newman? Ja. Gibt es dann was, wo du sagst, ach guck mal, das versuche ich vielleicht auch mal? Und von Piper Laurie, seiner wunderbaren weiblichen Kollegin, die eine Suchtkranke spielt in dem Film. Ja, und eben, das ist wirklich bei diesen Filmen aus diesen Jahren so erstaunlich, das Spiel ist so gut und so zeitlos eben. Ja, und es ist so, da ist nichts zu viel und nicht zu wenig und irgendwie sind die Amerikaner einfach auch wahnsinnig auf dem Punkt, ja. Und na klar, schaue ich mir an, was die da machen, ja. Du hast uns also das große Hollywood-Kino gebracht, aber auch tatsächlich Spannendes aus Europa. Eben die beiden angesprochenen, Anthony Hopkins und Gérard Depardieu. Du hast uns The Remains of the Day, was vom Tage übrig blieb, ausgewählt, James Ivory. Ja. Und vielleicht mit dem angefangen, das ist ja wirklich Britishness pur. Also in diesem Herrenhaus, da gibt es diesen Lord und diese, wir tauchen ein in diese Welt, später wird es vom Amerikaner, gespielt von Hugh Grant, übernommen. Ein Hammer-Setting. Ja, Hammer. Und gleichzeitig natürlich eine Welt, die irgendwie dem Untergang geweiht scheint, so unterschwellig. Das klingt oftmals bei diesen Filmen mit, dass das so, ja, irgendwie, das sieht schön aus, aber das ist sehr brüchig. Das ist sehr brüchig und da brodelt so viel drunter, ja. Und auch wieder, also ich finde, es ist, ich verehre Sir Anthony Hopkins, als ich mit James Ivory gedreht habe, leider wieder so ein Film, den kaum jemand gesehen hat. Warum? Ja, warum war auch eine interessante Frage, weil Merchant Ivory, also Ishmael Merchant und James Ivory, haben sozusagen Geschichte geschrieben mit Filmen, Geschichte des Independent Films, mit Filmen wie Howard's End, wie Remains of the Day. Und die beiden waren sehr, waren eine Person eigentlich, ja, und waren sehr verbunden miteinander und immer hatten sie wohl auch finanzielle Probleme. Also es gab immer diese wunderbaren Ideen, diese wunderbaren Bücher und man hat wunderbare Leute zusammenbekommen und dann später erfuhr ich, dass es aber immer nach hinten raus irgendwie knapp wurde mit dem Geld. Und der Ishmael Merchant war eben dafür zuständig und der hatte wohl ein irrsinniges Talent, in letzter Sekunde das Ruder rumzureißen, aber auch mit viel Charme diejenigen sozusagen beruhigt zu halten, die noch nicht bezahlt worden waren. Jetzt hat Anthony Hopkins, hat ja, Anthony Hopkins hat sehr viele Filme mit James Ivory gemacht und der Film, den ich mit den beiden gedreht habe, der heißt The City of Your Final Destination. Das ist ja wirklich ein wunderbarer Film und der, willst du wissen, warum ich da mitgespielt habe? Na klar. Ja, ich habe da mitgespielt, auch weil James Ivory irgendwann mal den Untergang gesehen hatte, aber er hat in Amerika keine Schauspielerin gefunden, die diese unsympathische Figur Deirdre spielen wollte. Und ich habe gedacht, das trifft sich hervorragend, weil in Deutschland bietet man mir immer nur so wahnsinnig nette, sympathische Figuren an, wie gerne würde ich diese schreckliche Deirdre spielen. Und so kam es, dass ich kurz nachdem wir beide uns kennengelernt haben, nach Argentinien geflogen bin und mit Hopkins, Laura Linney, Charlotte Gunns Buch am Set von James Ivory stand. Aber auch da war es so, dass ihnen leider das Geld ausgegangen ist am Ende und wir sehr lange darauf gewartet haben, bezahlt zu werden und, 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 und so. Und Sir Anthony Hopkins, also das ist eine Begegnung, die ist zum Niederknien, weil er ist wunderbar, er ist großzügig, ist wahnsinnig intelligent, ohne es auch nur eine Sekunde raushängen zu lassen. Er ist fein und er ist einfach ein Schauspieler, einer der ganz, ganz, ganz Großen. Und, ähm, was er spielt in Remains of the Day ist, finde ich, also, weil alle seine Filme sind wunderbar, aber gerade diese Hauptrolle in Remains of the Day ist zum Niederknien. Und Emma Thompson? Absolut. Das ist natürlich auch zum Niederknien, ja. Ich hab mir, ich dachte mir nämlich auch, dass du wahrscheinlich mit ihr noch viel mehr sympathisiert hast, äh, weil sie ist diejenige, die sich da ja wirklich auflehnt. Auflehnt, äh, Anthony Hopkins bringt dann seinen alten Vater noch mit als Butler-Gehilfen rein, der eigentlich schon gar nicht mehr in der Lage ist und ihr das Leben dann schwer machen. Sie ist die Einzige, die sich auflehnt und ich hab da so ein bisschen, äh, ich hab mir schon vorgestellt, dass bei dir da so die Augen geblitzt haben, als du das gesehen hast. Ja, weil sie ist ja sowieso, also sie ist, ihr bin ich leider noch nie begegnet, das steht vielleicht noch aus, ja, aber ich nehme an, sie ist so, wie sie spielt, ja. Wir werden auf jeden Fall auf der Leinwand von ihr erstmal noch eine ihrer tollsten Rollen sehen. Und, äh, ja, der andere ist Gérard Depardieu, da gehen wir nach Frankreich, äh, Jean de Florette von Claude Berry, das ist zusammen mit Yves Montand und Daniel Auteuil, quasi das Hueso des französischen Kinos. Und das Ganze in einem Setting, wo ich mir auch dachte, wow, dass du das auswählst. Ähm, es ist ja so ein bisschen wie eine komische Oper. Auf dem Land, äh, lauter schräge Vögel. Also den Film müssen sie sich ansehen, ja. Also wenn, wenn sie hier sitzen und sie denken, naja gut, vielleicht den und, aber Jean de Florette, ich weiß nicht, manchmal, sie findet... Auf Deutsch Jean Florette, ja. Ah, auf Deutsch, okay. Jean Florette, voilà. Ein Film, der, den kann ich, ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht in Wort beschreiben. Die Natur, er spielt in Frankreich und die Natur und Gérard Depardieu ist einfach ein so, äh, mit Gérard habe ich viel Zeit verbracht. Napoleon und Small World. Ja, das stimmt. Napoleon und Small World. Und, äh, bei Napoleon war die Begegnung kürzer. Also mit Christian Clavier eher gespielt. Ja, genau. Das ist die geliebte Napoleons und, äh... Ja, genau. Und der war auch so bezaubernd, der Christian Clavier. Und wissen Sie, was wir damals gemacht haben? Es war eine Fernsehproduktion, ein Vierteiler und wir haben ihn auf Englisch und Französisch gedreht. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Versionen davon, weil wir haben immer ein Take auf Englisch und ein Take auf Französisch gedreht. Gut, als geliebte Maria Walewska war das jetzt nicht so ein... so, aber Christian Clavier, der den Napoleon spielt, was... Den habe ich immer morgens schon um fünf mit seinem Dialect-Coach Runden um das Schloss laufen sehen, der, äh, das muss... Das ist Wahnsinn, was der da geleistet hat, ja. Und da war die Begegnung mit Gerard Kurz und dann haben wir einen Film gedreht nach einem Buch von Martin Suter, Small World. Und das war natürlich eine viel intensivere Begegnung, weil wir da eben beide irgendwie so... Wir spielen zwei Außenseiter, die irgendwie in dieser Familie landen und unglücklich sind, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und er spielt einen Mann, der Alzheimer hat und, ähm, ja, das ist eine Urgewalt, der Gerard. Der ist so fantastisch, aber auch genauso, wie man ihn sich vorstellt, groß und stark und einschüchternd auch. Und ich habe mir gedacht, ich will mich aber nicht einschüchtern lassen. Und das war auch genau richtig, Gott sei Dank. Und, ähm, gleichzeitig habe ich ihn in Momenten erlebt, da war der so sensibel und so verletzlich, dass es mir die Sprache verschlagen hat. Und der Gerard Depardieu, der spielt diese Rolle in Jean de Florette, der kommt in ein Dorf und wird überhaupt nicht gerne dort gesehen. Und er stößt nur auf Widerstand und versucht in diesem Dorf, ähm, ähm, ja, seine Aufgabe zu erfüllen. Und sie müssen sich den ansehen, der ist, den kann man in Worten gar nicht beschreiben, von Claude Berry, ja. Du hast gleich mehrere Filme ausgewählt. Jetzt, ich habe mir das Vergnügen einmal gemacht, alle hintereinander mehr oder weniger anzuschauen. Und, äh, es ist immer so ähnlich. Es ist ein Fremder schon dabei, der irgendwo in eine Welt eintaucht, wo er was verändern will, für was kämpft. Aber von denen, die dort sind, nicht so wirklich angenommen wird. Das ist bei der Hälfte der Filme der Fall. Da habe ich mich schon gefragt, ist das vielleicht so ein bisschen auch so, was dein Vater vielleicht erlebt hat? Ihr seid von Rumänien, aus dem Ceucescu-Rumänien, wo er sehr erfolgreich war. Schauspieler, Direktor des Nationaltheaters in Bukarest. Alles aufgegeben, von heute auf morgen nach Deutschland, mit deiner Mutter und dir als, glaube ich, Vierjähriger. Ja, genau. Ist das vielleicht auch ein bisschen was, wo du sagst, das ist ein Motiv, das deswegen auch so in diesen Filmen, die dich prägen und berühren, vorkommt? Das kann sein. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte darüber schon mal so nachgedacht. Weil tatsächlich, als meine Eltern 1983 nach Berlin gekommen sind, ja, ich glaube, einfach war das nicht. Und ich glaube, das ist nie einfach. Und meine Eltern haben auch in Rumänien ein Leben verlassen, ohne Abschied nehmen zu können. Und ein Leben, in dem sie auch sehr zu Hause waren. Meine Mutter hat an der Universität unterrichtet. Mein Vater war Vize-Intendant im Nationaltheater, hat seine Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig geliebt. Und das ist unglaublich, was die da zurückgelassen haben, um sich dann mit ihrem Kind auf den Weg zu machen ins Ungewisse. Und alles sozusagen auf diesem Fundament der menschliche, natürliche Wunsch nach Freiheit, der eben dann so in der Form nicht mehr gegeben war. Das hat mich natürlich als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene immer auch beschäftigt, die Frage, wie das wirklich gewesen sein muss, wie stark dieses Gefühl sein muss, um so einen Schritt zu wagen. Dann muss ich allerdings auch sagen, dass meine Eltern es bestimmt nicht nur leicht hatten und mit Sicherheit ihre Kämpfe kämpfen mussten, aber auch ein wunderbares Team waren. Und natürlich auch Menschen begegnet sind, die wunderbar waren und die uns unterstützt haben und die, ohne die es auch nicht gegangen wäre. Aber ja, vielleicht hast du recht. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch einfach ein spannendes Thema des Lebens, in sich aufzumachen, den Mut zu haben, in eine neue Situation zu gehen und festzustellen, dass… Klar. Nee, also finde ich total spannend. Wir kommen auch gleich noch weiter auf dein Fahrrad. Das zweite Motiv, was mir noch aufgefallen ist, was auch schon in diesen Filmen allen vorkam, irgendwie ziehen die alle aufs Land. Also, oder ist es… Zumindest spielt die Natur eine Rolle und so. Jetzt bist du eine fast durch und durch Berlinerin. Wie kommt das denn? Dass ich Berlinerin bin? Nee, dass du… Hast du diese Sehnsucht? Ich muss nochmal ganz kurz… Naja, komm, wir haben Jean de Floretz, wir haben, was vom Tag übrig blieb, ist ein Landhaus, dann haben wir das Finstere Tal kommen wir gleich noch drauf, wir haben Happy New Year, Colin Burstead im Landhaus. Also ich meine, die Natur im Film ist natürlich schon immer auch wie eine, wie ein Hauptdarsteller, eine Hauptdarstellerin, ja. Die Natur ist natürlich, das imponiert mir schon auch immer sehr. Also ein Film, den ich zum Beispiel auch gerne in diese Liste aufgenommen hätte, ist The Big Blue im Rausch der Tiefe von Luc Besson. Den habe ich damals als Zehnjähriger eigentlich viel zu früh, aber ich war mit meinen Eltern in Marseille und es ergab sich so und wir waren in diesem Freiluftkino und da auf der großen Leinwand diesen Film zu sehen, und das hat mich tatsächlich geprägt, ja, vielleicht ist es doch die Liebe zur Natur. Du hast aber auch einen Berlin-Film mit dabei und da schließt sich dann der Kreis mit deinem Vater, denn der spielt da mit. Valentin Plattarianu, ganz toller Schauspieler, muss man ja auch sagen, hat sich dann ja auch wieder in Deutschland durchgesetzt. Das ist ja eigentlich das allergrößte Besondere, dass er es sowohl in Rumänien als auch in Deutschland geschafft hat. Die eigene Schauspielschule in Charlottenburg dann ja auch noch privat aufgemacht hat, wo du dann ja selbst studiert hast. Aber vielleicht zuerst zu diesem Film Berlin ist in Germany von Hannes Stöhr 2001. Ist ein unfassbares Zeitdokument eigentlich. Jörg Schüttauf spielt einen Häftling, der zum Zeitpunkt des Mauerfalls im Knast sitzt und dann erst elf Jahre später rauskommt in ein Land, das er nicht mehr kennt. Und wir tauchen mit ihm ein in dieses Berlin, was immer noch eine Baustelle ist und er findet sich nicht zurecht. Was hat dich an diesem Film, das ist der einzige wirklich originärdeutsche Film, den du ausgewählt hast, was hat dich an dem so fasziniert? Tatsächlich ist es auch da wieder so, dass mir natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema gehabt hätte, suche deine zehn, suche die zehn deutschen Filme aus, die dich am meisten geprägt haben. Auch da wären mir wahrscheinlich schnell die anderen neun eingefallen. Aber Berlin ist in Germany, ja wie gesagt auch schon etwas älter. Es ist so wahnsinnig, das ist so schnörkellos und so pur, was der Jörg Schüttauf da spielt. Und es ist so wahnsinnig toll von Hannes Stöhr eingefangen und eben dieser Schock auch dieses, also ich nehme mal an, ich weiß es natürlich nicht, ich nehme mal an, wenn man in Haft war oder wenn man so ausgeschlossen wird vom Leben und das auch noch über einen langen Zeitraum und sowieso das Gefühl hat, man kommt wahrscheinlich aus so einem Keller wieder ins Tageslicht und muss so alles neu lernen und neu entdecken. Aber dazu dieser Irrsinn, die Geschichte dieses Landes, die Aufteilung in Ost und West, was das mit den Menschen gemacht hat, darum geht es ja auch in dem Film, den ich für heute Abend ausgesucht habe, aber mit einem anderen Hintergrund. Aber das ist was, was mich sehr berührt, beschäftigt, natürlich auch wahrscheinlich aufgrund unserer Geschichte, der Flucht meiner Eltern aus Rumänien, dem Kommunismus und und und. Aber erschreckenderweise ist es ja dann doch auch immer wieder aktuell, ja. Was machen politische Systeme mit den Menschen, was passiert? Naja, auf jeden Fall ist es in Berlin ist in Germany, dieser Blick dieses Häftlings, der eigentlich nur zaghaft den Schritt zurück ins Leben wagen möchte und das alles gar nicht so einfach findet, das ist einfach wahnsinnig ehrlich und schnakellos erzählt. Kamera übrigens Florian Hoffmeister, der jetzt gerade Oscar nominiert war für Tage, also auch eine tolle Karriere gemacht hat. Aber sag mal noch kurz was über deinen Vater in diesem Film und generell, ich finde, er hat ja eine kleine Rolle, aber sie ist wichtig für diesen Film. Und er strahlt da so über die Maßen, also wenn man das Ensemble der Nebendarstellerinnen und Darsteller sieht, da sticht er so heraus. Und erzähl uns ein bisschen, was ist das, wenn du siehst, wenn du ihn auf der Leinwand siehst, auf dem Fernseher siehst, was siehst du da in ihm als Schauspieler? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich mir meinen Vater noch gar nicht angucken kann. Ja, mein Vater, der ist vor mittlerweile viereineinhalb Jahren gestorben und ja, da verrückterweise, als ich dann mit Sam das Video gedreht habe, den Einspieler zu Berlin ist in Germany, ja, ob man nun will oder nicht, ist es mir halt dann trotzdem passiert, dass ich dann emotional werde. Mein Vater, der war so ein wunderbarer Schauspieler und der war aber auch so ein wunderbarer Lehrer und der war vor allen Dingen so ein ganz außergewöhnlicher Mensch, den man einfach kennengelernt haben muss, um es wirklich so richtig in Worte packen zu können. Der war aber auch eben mein Lehrer und der war einfach ein, der war so großzügig und der hat den jungen Leuten in der Schauspielschule, der hat den immer so, der hat diese Fähigkeit gehabt, sie an sich selber glauben zu lassen, ja. Das war, der hat die jungen Leute darin bestärkt, stark zu sein und das war für mich als Tochter, das hat mich wahnsinnig geprägt und bei meinem Vater war es schon so, der war schon auch, der war am Nationaltheater in Bukarest, der war ein wirklicher Theatermensch im wahrsten Sinne des Wortes und der war, der hat schon auch natürlich Hauptrollen gespielt und so und dann dieser Einschnitt in seinem Leben nach Deutschland zu kommen und als Schauspieler zu überleben. Ich glaube, er hatte sich eigentlich wahrscheinlich innerlich sowieso davon verabschiedet, jemals wieder in den Beruf zu finden und hat dann eben sozusagen, wie da ist dann quasi hinter die Kamera oder hat seine Schauspielschule in Berlin gegründet. Aber das Tolle an meinem Vater war, der war auch so demütig und der hat eben, weil der hat dann sehr kleine Rollen gespielt und der hat natürlich immer die Ausländer gespielt, ja. Also immer, wenn, logischerweise, wenn ein Ausländer gebraucht wurde, dann ist man dann irgendwann auch auf meinen Vater gestoßen, so. Der hat natürlich Deutsch mit einem wunderschönen, sehr sympathischen Akzent gesprochen, ja, so. Und mein Vater hat das aber nie als Defizit oder, sondern der hat das eben mit einer solchen Hingabe und auch diese kleine Rolle, die war für ihn so ein Juwel, ja. Und dann hat er mir mal erzählt, was er macht und wie er sich vorbereiten wird. Und er spielt nämlich den Besitzer einer Videothek und ist dann eben immer so, war er eben in eine Videothek gegangen und hat sich angefreundet mit dem Mann hinter der Theke und hat sich das alles so ganz genau angeguckt, um diese Rolle mit Leben füllen zu können, ja. Ja, das ist toll. Also ich kann mir den nicht angucken, aber ich freue mich sehr, dass hoffentlich einige den Weg hier ins Kino finden werden, ja. Ich glaube, das wird passieren, speziell nach dieser Vorrede. Auch wie du zum Film gekommen bist, ist natürlich in dem Zusammenhang interessant. Dein erster Auftritt war, wenn ich das richtig gelesen habe, bereits mit neun. Ja. Und dann mit 16 die erste Hauptrolle in einer ZDF-Vorabendserie. Und ich frage mich natürlich, wie kam das? Also war das, weil du so viel mit dieser Schauspielwelt schon zu tun hattest, weil du natürlich in dieser Schauspielschule auch da schon wahrscheinlich in den vielfältigsten kleinen Funktionen mitgeholfen hast? Und ich glaube, also dieser erste Film, in dem ich mitgespielt habe, als Neunjährige, leider wirklich einer meiner besten, With Love Rita, der Abschlussfilm einer DFFB-Studentin damals, Iva Schwarzova. Und die kam zu uns nach Hause in die Otto-Sur-Allee in Berlin, weil sie meinen Vater treffen wollte. Weil es gibt in diesem Film nur Großvater und Enkelin. Und die wollte meinen Vater treffen und hat mich unten im Hof mit den anderen Kindern spielen, sehen und ist nach oben gegangen zu meinem Vater und hat gesagt, kennen Sie zufällig dieses dünne, blonde Mädchen da unten? Und dann hat er gesagt, ja, das ist meine Tochter. Und dann haben mein Vater und ich gecastet für Iva Schwarzova als Großvater und Enkelin. Und er war natürlich zu jung und ich habe meine erste Rolle gespielt. Ja, so war das. Und dann weiß ich auch nicht, dann kam es irgendwie alles zufällig. Was mich auch noch interessieren würde, du hast dann eben für diese Hauptrolle mit 16 auch deinen Namen in einen Künstlernamen verwandelt, für alle, die das nicht wissen. Lara ist eben das, wofür du dich da entschieden hast. Zunächst mal, ich finde das krass, wenn man das so in Interviews liest, dass du da unter Druck gesetzt wurdest. Kann man das so ein bisschen sagen? Also, dass man sagte, mit dem Namen Plattariano keine Chance? Ich meine, es war gut gemeint, glaube ich. Meine damalige Agentin hat gesagt, also, schwierig mit Plattariano. Plattariano auf Rumänisch, Plattariano. Immer mit Buch zum, nein, 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 im Gotteswillen. Ich erzähle nur aus unserer Wahrnehmung. Und die sagte eben immer zu mir, du musst diesen Namen ändern. Und ich habe immer gedacht, aber warum? Und vor allen Dingen, wer weiß, ob ich überhaupt jemals noch einen Film drehe. Und wenn jemand mit mir arbeiten möchte, dann wird er meinen Namen lernen. Oder mich einfach nur Alexandra nennen. Oder, ich fand das ganz furchtbar als 16-Jährige. Meine Eltern, mit denen dieses Ausländer-Dasein, ich meine, ich habe natürlich auch ohne, bei mir kommen die Leute immer nicht sofort darauf, dass ich eigentlich Ausländerin bin. Bei meinen Eltern war das schon eine eindeutigere Geschichte. Meine Eltern, die natürlich auch mich schützen wollten und eben ihre ganz eigene Perspektive hatten, die haben natürlich gesagt, bitte, bitte, befolge diesen Rat, weil, also immer wird der Name falsch geschrieben. Und, ja, der immer kommt die Post woanders an, ja. Okay, und, aber ich war halt 16, ich war halt ein Kind natürlich und fand das natürlich alles ätzend. Und das Allerschlimmste ist natürlich, dass du dich sonst wie nennen kannst. Also von, du kannst halt alles machen. Und da haben wir lange rumüberlegt und ich fand eh alles blöd irgendwie. Und dann, und Maria heiße ich ja wirklich mit zweitem Namen, Alexandra Maria Platteriano. Und dann war es irgendwann Lara und dann habe ich gedacht, ja, gut, okay, dann ist das jetzt. Aber woher kommt das? Weil du hast dann, das fand ich spannend, in Dr. Zhivago ja später, der Neuverfilmung mitgespielt. Und da gibt es ja eine Lara und Laras Theme, was wir als Melodie im Kopf haben. War das eventuell sogar schon mit inspirierend? Ja, für meinen Vater. Weil mein Vater kam, also wir haben alle möglichen Sachen aufgeschrieben und meinen Gesichtsausdruck als 16-Jähriger dazu, den kann man sich wahrscheinlich bildlich vorstellen. Und irgendwann stand auf dieser Liste Lara und ich dachte, oh Gott. Und dann habe ich immer gedacht, von allen Sachen, wir haben kurz überlegt, mein Vater hieß Valentin mit Vornamen, ein sehr schöner Vorname. Und wir haben gedacht, so können wir irgendwas aus meinem Namen und dem Vornamen meines Vaters, na ja. Und irgendwann stand eben Lara da, inspiriert durch die Rolle in Zhivago und den fand ich dann wenigstens wohlklingt. Ich finde ihn, er klingt wunderbar poetisch, wenn man ihn auch so ausspricht. Ja, mittlerweile bin ich ja auch sehr viel älter und habe mich wirklich auch sehr gut angefreundet mit dem Namen, ja. Wir sind froh, dass du Karriere gemacht hast und ich glaube, heute wäre es nicht mehr, nicht mehr, also es wäre ein Skandal, wenn man sowas fordern würde. Heute wäre es ein Skandal. Aber noch nicht seit langer Zeit. Ja, und Gott sei Dank sind wir schon mal an diesem Punkt. Ja. Du hast Filme ausgewählt, die du, glaube ich, auch mit deinem Vater zusammengeschaut hast. Ja. Und da ist zum Beispiel ein Film dabei, wo ich auch selber sage, da bin ich total froh, den im Kino jetzt wieder erleben zu können. Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier, hast du ausgewählt. Also den müssen sie sich natürlich auch nochmal anschauen, ja. Das ist ja famos. Eine geniale Komödie. Also Komödie ist ja sowieso, wahnsinnig schwer. Die große Kunst. So ist es. Komödie ist wirklich die große Kunst. Und es gibt so wunderbare Komödien und das ist natürlich gar nicht so einfach, weil Komödie immer auf Leichtigkeit basiert, ja. Und auf Timing und so. So, und logischerweise ist Bill Murray natürlich einer der großen Könige dieser Kunst und Andy McDowell auch wieder so eine Schauspielerin, mit der ich, die ich immer auch als Jugendliche angeguckt habe und dachte, boah, was für eine Frau, ja. Und immer noch. Total. Und dieser Film. Und dieser Film ist so gut. Ich habe gedacht, als ich dann endlich meine Liste fast vollständig hatte, habe ich gedacht, also ich muss eine Komödie aussuchen. Ich muss eine Komödie in diese Carte Blanche packen, weil ohne Komödie im Leben und ohne Humor wird es ein bisschen witzlos. Das ist traurig, ja. Und dann habe ich gedacht, und täglich kriegst du das Frau mit dir. Und dann habe ich gedacht, erinnere ich das falsch? Weil ich weiß nicht, wer von Ihnen gerade dieses Kinoplakat zufällig vor Augen hat, aber es war, glaube ich, so ein Wecker, so ein altmodischer Wecker, den man und … Umklappt. Dann habe ich plötzlich, habe ich Angst gehabt und habe gedacht, vielleicht, vielleicht habe ich den besser in Erinnerung, als er ist. Mein Gott. Und dann haben wir geschaut und ich muss Ihnen sagen, der ist einfach genial. Der ist wirklich genial, ja. Und es war vor allen Dingen der Anfang von diesen Filmen. Es ist ja auch danach zu einem Phänomen geworden in den Sprachgebrauch, sowohl im Englischen als auch im Deutschen Eingang. Und was ich jetzt bei der Recherche dazu noch spannender finde, der ist ja nicht nur eine Komödie, sondern was der Harold Ramis wollte, dass man damit denkt, dass der diesen Tag so oft erlebt, wie man im Buddhismus braucht, bis die Seele irgendwie sich gereinigt hat durch so viele Reinkarnationen, wie es geht. Also 10.000 Jahre unter Umständen. Und er ist ja nun wirklich, muss man dazu sagen, die Figur, die Bill Murray spielt, der ist ja auch wirklich, also der hat einiges an Reinigungsarbeit zu leisten, sozusagen. Absolut. Sympathisch ist der nicht. Aber dafür gibt es das Murmeltier. Das ist ein so guter Film. Und natürlich das Paradies eines jeden Schauspielers, weil immer wieder die gleiche Situation spielen, aber ganz anders. Einfach der Traum. Ja, der Traum. Es lohnt sich da sehr, nochmal reinzuschauen, auch wenn man heute natürlich noch 50 Varianten dieses Stoffs kennt. Das war aber die Mutter davon. Ja, wir haben auch einen Tarantino mit dabei. Und auch da jetzt nicht gerade den, wo man sagen würde, das ist jetzt der ganz große Hit, aber es ist ein Film, da will man eigentlich mittanzen. Es ist mein liebster Tarantino. Jackie Brown. Ja, Jackie Brown. Pam Greer an der Seite von Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Bridget von Nack. Und da geht es richtig ab. Was ist an diesem Film so für dich in Heide? Du warst, glaube ich, da im richtigen Alter auch zu. Du warst, glaube ich, eine Jugendliche und hast den wahrscheinlich im Kino gesehen. Warte mal, ich weiß gar nicht, von wann ist denn der? Ich gucke nochmal. 97. Ja, doch, 97. Ich hätte gedacht, der wäre später gewesen. Ja, also der erste Film von Tarantino, den ich gesehen habe, war Pulp Fiction. Das werde ich nie vergessen. In einem kleinen Kino in Berlin. Und ich bin rausgekommen aus dem Kino und habe gedacht, ich wusste nicht, dass es so etwas gibt auf dieser Welt. Dass es so einen Filmemacher gibt. Ich fand das so irre. Und dann habe ich gedacht, ich muss einen und muss und möchte einen Film von Tarantino, obwohl wir uns auch mal begegnet sind. Ich saß einmal eineinhalb Stunden mit ihm in einem Castingraum und wir haben uns da so ein bisschen kennengelernt. Er hat mir angespielt. Also ich habe mich um eine Rolle beworben und er hat die andere Rolle gespielt und sich parallel dazu angeguckt, ob wir zusammen passen oder nicht. Und obwohl er wirklich wunderbar ist, leider, leider habe ich schon während dieses Treffens gemerkt, wir passen nicht so hundertprozentig zusammen. Bauchgefühl? Ein andermal erzähle ich das. Ja, nee. Er hat dann, weißt du, es war bei Inglourious Basterds. Okay. Und da gab es diese wirklich diese fantastische Rolle, die dann die wunderbare Diane Kruger, ich weiß nicht, ob sie deutsch oder englisch ausgesprochen wird. So. Sie hat diese tolle Rolle gespielt und natürlich sind noch andere wunderbare Kolleginnen auch da hingegangen, um sich für diese tolle Rolle zu bewärmen. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und wir mussten den Text, haben wir auch zusammen gelernt, war auch eigentlich mehr so ein halber Shakespeare, viel Text, auf Englisch, aus irgendwelchen Gründen, glaube ich, auch auf Deutsch oder was, ich weiß es nicht mehr. Und ich bin extra zum Friseur gegangen und habe mir die Haare schön machen lassen und hatte so eine schwarze Hose und ein schwarzes Hemd und kam da rein und dachte, boah, so jetzt, das ist meine Chance, mit dem möchte ich drehen. und dann hat er mir erzählt, dann hat er zu mir gesagt, also pass auf, dieser eine Moment, das muss der brutalste Moment des ganzen Films werden. Okay? Nämlich der Moment, wo sie umgebracht wird. Nämlich der Moment, wo sie erwirkt wird. Ich glaube, ich gebe jetzt, ich hätte es jetzt vielleicht ein bisschen gemeine Geschichte zu erzählen, andererseits kann jeder, die bei IMDb nachlesen. Also er hat mir nur gesagt, dieser Moment muss so krass sein, wie der Moment mit der Krankenschwester in einer Flug über das Kuckucksnest mit Jax Nicholson und da habe ich schon gedacht, so, okay. Im Casting. Und im Casting und dann hat er erzählt, dass er die Schauspielerin würgen wird, nicht der Kollege. So. Und das war der Moment, wo ich da saß plötzlich und dachte, ah, ich bin mir nicht so sicher, ob ich unbedingt mit Quentin Tarantino drehen will, weil erstens werde ich gar nicht gerne gewürgt und zweitens würde mir kein Grund auf dieser Welt einfallen, warum ein Kollege das nicht selber machen könnte. So. Und trotzdem verehre ich ihn sehr. Wir sind uns danach noch mehrmals in Cannes, in Lyon begegnet. Er ist herrlich, aber man muss halt auch zusammenpassen. Und deswegen war es mir so wichtig, einen Film von Quentin mit in die Filmauswahl zu nehmen. Und Jackie Brown ist mein absoluter Lieblingsfilm von ihm. Er ist der leiseste Tarantino, der langen, der langen, vielleicht auch einer der längeren mit seinen drei Stunden irgendwas. Er geht. Aber man spürt die Zeit. 154. Zweieinhalb. Oh ja, zweieinhalb. Ja. Auch schon intensiv. Ein wunderbarer Soundtrack und vor allen Dingen natürlich die zum Niederknien. Pam Greer. Ja. Das ist einfach ein toller Film. Absolut großartig. Der Einzige, den er nicht selber geschrieben hat. Deswegen ausgewählt. Da habe ich euch aber schon ganz schön viele Geheimnisse von mir anvertraut hier heute. Das ist doch schön. Dafür sind wir hier. Dieses Talent, die enttäuscht mir diese Geschichten. Es ist ja auch eine persönliche Reihe, die du hier anlegst. Du hast natürlich, wenn wir ganz persönlich sind, du konntest natürlich in dieser Reihe keinen Film ohne Sam Riley nehmen. Und wir waren tatsächlich ein bisschen überrascht, dass da nicht Control gelandet ist von Anton Corbein, wo ihr zum ersten Mal zusammengearbeitet habt. Du hast dich stattdessen entschieden für Das finstere Tal von Andreas Porraska und Happy New Year Colin Burstead, wo ihr zusammen in einem Ensemble auftretet. Vielleicht erst mal Control. Warum ist der nicht dabei? Wenn die Aufgabe war, die prägendsten und beeinflussendsten Filme auszuwählen. Das ist eine sehr gute Frage und es ist ein sehr guter Film. Aber, aber, irgendwie wird der ja auch immer in unserem Zusammenhang erwähnt und irgendwie habe ich gedacht, wer Control kennt und liebt, wer Joy Division Fan ist, war, kennt diesen Film und tatsächlich habe ich ein bisschen plötzlich Panik bekommen beim Zusammenstellen meiner Liste, dass man nicht mehr deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen sieht. Gut, es ist ein österreichischer Film, aber auch mit der wunderbaren Paula Bär in der weiblichen Hauptrolle. Und ich bin ein Fan meines Mannes, das ist einfach so, da beißt, wie heißt das, da beißt die Maus kein Faden ab. Und Andreas Prochaska ist einfach auch ein so guter Filmemacher und dieser Film, dieser Roman, das Finstere Tal, das ist einfach ein gewaltiger Film. Ein Alpenwestern. Ein Alpenwestern. Und Sam reitet da ein in dieses Dorf, wo es kein Entrinnen gibt und Recht, was es zu rächen gibt. Schnitzelwestern, sagt Sam gerade. Das ist auch ein sehr genialer Film einfach. Der hat ja damals, natürlich haben sich manche auch geärgert, weil so ist es halt, wenn einer viele Preise abräumt, ärgern sich ein paar andere im Raum. Aber es war ein sehr schöner Abend an deiner Seite, Sam, als das Finstere Tal neuen Lolas abgeräumt hat und zu Recht und auch Tobias Moretti ist auch zum Niederknie in das Finstere Tal. Und Sam, das war einfach wahnsinnig aufregend, weil jetzt hat Sam keine sehr wortlastige Rolle. Sam wird aber nächstes Jahr in einem Film zu sehen sein, wo er John Kranco spielt für die Ballettfans unter ihnen vielleicht, ja. Und da das Gegenteil, so viel Text, ein Engländer, ein Engländer, in dem Fall ein Südafrikaner, der Shakespeare auf Deutsch erklärt seinen Tänzern, wow, das wird ein Knaller nächstes Jahr, John Kranco. Aber da war es sozusagen Sams erste Begegnung mit deutschen und österreichischen Kolleginnen und Kollegen und das war einfach der Knaller, ich liebe diesen Film. Ja, es lohnt sich auch da wirklich sehr, also, weil das ist auch ein neues Genre im Grunde, das da kreiert wurde und deswegen umso mehr da nochmal reinzuschauen. Wir haben vorhin Happy New Year Colin Burstett auch gesehen, wollen da nur ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil wir haben über den Song gesprochen, den du da singst und den hast du so selbst ausgewählt, muss ich vorstellen, ein Ensemble-Film in einem britischen Herrenhaus, die Familie, die sich nicht so gut leiden kann, kommt da zusammen zum New Year und dann bist du die neue Freundin von Sams Figur aus Deutschland kommend, damit können wir schon mal gar nichts anfangen und dann fängst du da plötzlich an, in dieser aufgeladenen Situation ein Lied zu singen, das du dir laut Regisseur Ben-Witli selbst aussuchen musstest. Magst du es jetzt sagen, was für eins du ausgewählt hast? Das mache ich und zwar, also die Anfrage war schon mal absurd, dann habe ich gesagt, ja aber wie, der muss doch sagen, welchen Song, welches Lied, wie irgendwas deutsches. Dann habe ich gesagt, schreib ihm bitte, frag ihn, sowas wie Marlene Dietrich oder, also weil ich kann leider nicht so gut singen, wie ich gerne würde und was wir in der Schauspielschule aber gelernt haben, weil wir alle mussten, waren natürlich Chansons, also dann auch, wenn man nicht so gut singen kann, vorgetragene Chansons, so. Und dann war Marlene Dietrich zu teuer, so, weil der Film wurde mit sehr, sehr wenig Geld gedreht und dann habe ich meine Freundin Uli Kleppi angerufen, die Uli ist der Wahnsinn, die Uli ist die Querverbindung zwischen Film und Musik, die berät viele große deutsche Filmemacher dabei, wie sie ihre Soundtracks zusammenstellen und dann habe ich gesagt, sie hat gesagt, ja du, ich kenne sogar die Frau in New York, die für Marlene Dietrich da zuständig ist, wir können ja gerne mal schreiben, aber es wurde trotzdem also mindestens Kosten, okay, keine Ahnung, so. Und dann habe ich gesagt, aber was darf ich denn singen, ohne, ohne, dass man dafür zahlen muss? Volkslieder. Und dann habe ich, bin kein Experte für Volkslieder, aber dann habe ich es gefunden und ich kannte es natürlich und es ist von sagenhafter Schönheit und das heißt, die Gedanken sind frei. die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Wow. Und so, das war die Vorbereitung, also Text gefunden, umsonst. Und in dem Film, das ist wirklich wunderbar, weil Sam hatte auch eine Aufgabe, Sam sollte nämlich, der kann das nämlich, der kann singen und der kann Klavier spielen und der kann sogar Songs sich ausdenken und Lyrics, wow. und Ben Wheatley, der Regisseur, hat zu Sam gesagt, ja und du musst irgendeinen Song schreiben für deine Mutter. Und in der Szene spielt Sam, setzt sich ans Klavier und fängt an, diesen wirklich wunderschönen Song Sandy, heißt er nur Sandy? Boah, diesen Song für seine Mutter zu singen und die Mutter schmilzt dahin, obwohl sie so sauer auf ihren eigenen Sohn war. Und dann sollte ich nach diesem Highlight, nach diesem Wahnsinnsmoment, wo alle dachten, boah, dieser Mann wie, sollte ich anfangen mit von hinten, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Und ich habe gedacht, ich sterbe vor diesen ganzen englischen Kollegen und das Schlimmste war, das erzähle ich euch heute nur, weil ich jetzt schon so viele Geheimnisse preisgegeben habe, dass wir den ersten Take drehen und Sam singt dieses wunderschöne Lied und da ist eine Stimmung im Raum, Wow und ich denke, okay, Mut, eins, zwei und dann will ich gerade anfangen zu singen und keiner wusste, dass ich singen werde und alle spielen irgendwie weiter, also habe ich nicht gesungen. Oh mein Gott. Und dann war der Take zu Ende und dann kam er mit Ben Wheatley und hat gesagt, no, no, sorry, Alexandra ist singing gleich noch danach. Ich habe nie verstanden, ich habe mir mal gedacht, was macht diese Frau? Will dir jetzt zeigen, dass sie genauso gut singen kann wie ihr Mann? Was ist meine Motivation? Warum singe ich dieses Lied? Die Gedanken sind frei, aber er ist einfach ein wahnsinnig guter Filmemacher und es sind eben diese Deutschen, ich bin die einzige Deutsche in dieser englischen Familie und dadurch, dass der so eine Kraft hat, es ist der Blick von außen auf diese Familie, es ist wirklich tatsächlich sehr, sehr schön und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte, obwohl ich nicht singen kann. Und es ist der berührendste Moment des Films, muss man wirklich sagen. Dankeschön. Wir sind fast schon am Ende, wir haben einen Film, den du als Wunschfilm aus deinem eigenen Oeuvre ausgewählt hast, der dann heute um 20.30 Uhr laufen soll und das ist ein Film, wo du auch vielleicht ähnlich zum finsteren Tal, Sam, eher weniger übers Reden, sondern über das Schweigen agieren musst und der Zukunft zugewandt von Bernd Böhlich, ein Film über die Anfangszeit der DDR, deine Figur ist in der Sowjetunion im Gulag inhaftiert gewesen und kommt jetzt in diese DDR zurück und wird dort verpflichtet, nichts darüber sagen zu dürfen. Dafür gibt es dann aber auch alle Vergünstigungen, die man sich so vorstellen kann. Der Anfang einer großen Lebenslüge. Ein Tausch. Wir kriegen sozusagen, diese drei Frauen werden resozialisiert, und die kriegen ein Dach über den Kopf und die kriegen auch einen Beruf wieder oder eine Arbeit, auch wenn es nicht unbedingt die war, die sie vielleicht auch vor dem Gulag gemacht haben und im Gegenzug müssen sie ein Schriftstück unterzeichnen, das besagt, dass sie das, was passiert ist, für sich behalten. Eine Schweigepflicht. Und der ganz wunderbare Knut Elstermann, einer der tollsten Filmjournalisten unseres Landes, hat gesagt, das ist in deinem riesigen Werk die vermutlich beste Rolle, die du gespielt hast, die berührendste Rolle. Und ich kann das nur unterschreiben. Also das, was du da machst, das ist auch so viel, naja eben, du kannst es nicht sagen, sondern du musst es spielen, du musst es uns anders zeigen. Das stelle ich mir vielleicht als kleiner Ausblick und Einblick als große Herausforderung vor. Weil Mimik ist ja auch irgendwann begrenzt. Also dieses Leiden und trotzdem Leben. Erzähl uns ein bisschen, wie du da dran gearbeitet hast. Ach, also ich hatte, das ist gar nicht so einfach bei diesem Film, weil ich hatte einen unglaublichen Regisseur, der mir heute eine Nachricht geschickt hat, als ich im Zug saß. Und ja, das ist wirklich so ein Film, an den ich, wo es mir wirklich schwerfällt, an den zu denken, über den zu reden, geschweige denn, ihn zu sehen, ohne sehr emotional dabei zu werden, weil ich zu den Menschen bei der Arbeit eine solche, manchmal auch unausgesprochene Verbindung hatte. Mein Regisseur war bei diesem Film der Bernd Böhlich. Und er hatte eine ganz tolle Produzentin. Und auch das war wieder ein Film, wo es so schwer war, das Geld dafür zusammenzukriegen, dass unsere Produzentin, die Eva, mit eigenem Risiko gesagt hat, okay, ich gebe die Hälfte meines Hauses oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch was anderes. Sie ist mit eigenem Risiko da reingegangen, damit wir diese Geschichte erzählen können. Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte. Und es ist die Geschichte der Mutter von Svetlana Schönfeld. Svetlana ist eine Schauspielerin, die in dem Film Meine Mutter spielt. Und es geht um die Anfänge der DDR und im weiteren Sinne geht es um Menschen, die um die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Herangehensweisen von Menschen, wenn sie sich bestimmten auch politischen Situationen ausgesetzt sehen. Und das ist das Tollste an diesem Film, dass man ein bisschen ein Gefühl und ein Verständnis für alle bekommt. Und nicht nur für die eine Seite oder für die andere, für gut oder böse, sondern es war eben doch sehr komplex. So. Und die Leute, die diesen Film unbedingt machen wollten und unbedingt erzählen wollten, haben, denen ging es nicht so sehr ums Filmemachen, sondern denen war es wirklich ein absolutes Anliegen, das zu erzählen. Und da haben sie mich, diese Rumänin, die in Berlin lebt, gefunden und der Bernd und ich, wir wussten, obwohl die rumänische Geschichte eine andere ist, aber ich habe diese Rolle gelesen und ich wusste, ich verstehe die ganze Geschichte aufgrund der Geschichte meiner Eltern. Und so wurde das damals eine wahnsinnig intensive und persönliche Erfahrung. Und es ist ein wirklich wahnsinnig guter Film, wie ich finde. Also ich kann es Ihnen empfehlen. Es gibt noch ein paar Karten. Wer noch keine hat, kann oben an der Kasse gern noch eine erwerben. Außerdem sind oben auch noch ein paar DVDs und Blu-rays von, beziehungsweise mit Alexandra zu erwerben. Wir werden auch oben gleich noch ein paar Minuten signieren. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, das ist okay. Oh mein Gott. Alexandra hat mir nicht geglaubt, dass wir hier eine Stunde füllen können. Nee, also das heißt, wir gehen gleich oben ans Filmcafé, da können Sie dann noch mal gerne noch was signieren lassen für eine Viertelstunde. Um 20.30 Uhr geht es mit dem Film weiter, worauf wir uns wirklich sehr freuen. Und vielleicht noch kurz, das war Bernd Böhlich sehr wichtig, der Kameramann ist vor anderthalben Monaten verstorben, ganz überraschend. Thomas Plenert, also dem widmen wir auch jetzt ein bisschen diese Vorstellung heute Abend. Er war so toll bei den Dreharbeiten, er war so toll, der hat eine Kamera, die Kamera, die lebt. Der hat das alles nicht nur gefilmt, sondern, und nicht nur die Kamera irgendwo hingehalten und gut aussehen lassen, sondern der hat die wirklich gelebt. Und der war toll. Wir denken an ihn, und jetzt, ich kann es wirklich sagen, es ist so ein Geschenk, dass mit dir, als eine von zwei PräsidentInnen der deutschen Filmagene, die so eine wunderbare Person jetzt da, für den deutschen Film kämpft. Und toll, dass du uns so viele Einblicke heute gegeben hast. Ich danke dir, du hast das ganz toll gemacht und ich danke Ihnen, es tut mir leid, vielleicht war es für den einen oder anderen eine Geduldsprobe, aber sie haben es geschafft. Und vielen, vielen Dank. Und mir war es ein großes Vergnügen. Großen Applaus, Alexandra, Maria, Lara, danke für die Carte Blanche hier in diesem Monat im DFF. Vielen Dank.